Das Mobile Device Management reguliert ja das Device selbst und viele Mitarbeiter sind nicht bereit dazu, ein privates Smartphone und ein geschäftliches Smartphone in der Tasche zu tragen oder eben ein Smartphone vom Unternehmen zu verwenden, was reguliert ist, wo sie nicht alle Apps installieren können, wo sich private und geschäftliche Daten vermischen. An dieser Stelle greift dann eine Lösung, die wir Bring Your Own Device Gateway nennen und das ist im Prinzip eine zentrale App, ein sicherer Hafen für die Geschäftsdaten. Es erfolgt eine Trennung zwischen privaten Daten und geschäftlichen Daten. Für die privaten Daten können Sie die Apps nutzen, die Sie bereits auf dem Gerät vorinstalliert haben, Mail, Kalender und so weiter, Adressbuch und dieses Gateway liefert eine zentrale App, die nennen wir Path Connect und sie liefert praktisch eine User Experience all in one. Sie haben praktisch einen E-Mail Client, einen Kalender, ein Adressbuch, aber auch Zugriff aufs Intranet, auf Aufgaben und so weiter. Also alles, was Sie unterwegs mit dem Unternehmen tun möchten. Der Schlüssel dazu liegt auf dem Server. Insofern kann man da auch nicht so leicht entschlüsseln. Darüber hinaus haben wir, wie gesagt, andere Sicherheitsvorkehrungen getroffen, damit eben das ein sicherer, zentraler Punkt ist für die interne IT. So werden die Anforderungen der internen IT an Sicherheit gewahrt und die Anforderungen des Benutzers wird man gerecht, die eben der Benutzer gegenüber der User Experience und der Nutzung des Gerätes haben. Ja, wir haben im Jahr 2008 begonnen mit der mobilen App-Entwicklung, mit dem Siegeszug des Smartphones von Apple und sind dann auch rechtzeitig eingestiegen, weil wir erkannt haben, dass das Thema nicht nur die Konsumer adressiert, sondern eben auch die Business-Anwender. Pass Consulting ist ein Anbieter von vielen Lösungen. Wir sind ein Consulting-Unternehmen, wir sind ein Software-Unternehmen und wir sind in der Lage, Software zu entwickeln, zu der wir genau wissen, dass sie auch zu dem Kunden passt. In den einzelnen Branchen durch Spezialisten, die sich entsprechend aufgestellt haben und sind in der Lage, zu beraten und Lösungen zu entwickeln. Wir entwickeln Apps individuell. Wir kommen aus diesem Beratungsansatz heraus und versuchen eben nicht eine Standardsoftware auf ein individuelles Unternehmen zu stülpen, sondern wir schauen uns das Unternehmen genau an, erarbeiten mit dem Unternehmen gemeinsam die optimale Lösung und entwickeln sie dann auch individuell. Also wir entwickeln nicht nur Lösungen im Backend-Bereich, sondern auch Apps und diese Apps können dann in der internen Nutzung Anwendung finden, also zum Beispiel für die Mitarbeiter direkt im Außendienst, in Service, in Monteure, die unter Umständen eine Maschine warten, haben dann entsprechende Reports an der Hand, die sie dann mobil nutzen können, aber auch für die Kunden unserer Kunden, also Apps, die eine Markenbildung erzeugen, die eben aber auch das Geschäftsmodell zum Kunden über Mobile Devices transportieren können. Und diese Lösung erarbeiten wir individuell mit unseren Kunden und entwickeln sie dann auf Basis unserer Erfahrungen, die wir gesammelt haben, aus dem Bereich der Consumer Apps, so dass also auch eine Business-Anwendung, eine User Experience transportieren kann, wie sie von den Consumer Apps gewohnt ist.